Einen wunderschönen guten Tag, grüß euch! Wir sind heute auf einen Roadtrip nach Deutschlandsberg. Wir werden heute die Burg Deutschlandsberg besichtigen und dann einen Abstecher in die Lafnitzer Klause machen. Let's go! Untertitelung. BR 2018 Jetzt bin ich da angekommen in Deutschlandsberg. Hinter mir seht ihr die Burg Deutschlandsberg. Das Problem, das ich jetzt zum Fotografieren habe, ist, ich will die Burg natürlich einfangen, wenn der Sonnenaufgang, die ersten Strahlen die Burg berühren. Leider Gottes berührt praktisch die Sonne die Burg noch nicht und etwas Geduld ist noch angesagt. Die Sonne hat jetzt die Burg hinter mir erreicht und jetzt werden wir einige Fotos machen. Was den Unterschied ausmacht, wenn die ersten Sonnenstrahlen hinter mir die Burg treffen, oder wenn schon etwas mehr Sonne da ist. Diesen Vergleich zeige ich euch bei den nächsten beiden Fotos. Und wir werden jetzt die Klause besuchen und diese wunderbare Burg. Let's go! Auf dieser Burg Deutschlandsberg gibt es einiges Schönes zu sehen, wie hier diese wunderbare schöne Frau vor dem Eingang des Burgmuseums. Echt geil hier! Eine wunderbare Gastronomie. Hier ein Top-Lokal, hier mit Traum-Terrasse, laden ein zum Flanieren und zum Gutspeisen. Und natürlich gibt es auch, wenn wer länger bleiben will, gleich gegenüber das Hotel. Das Hotel ist eingebettet mitten in dieser schönen Burglandschaft. Diese schöne Aussichtsterrasse hinter mir rundet hier den guten Eindruck, den man von der Burg hat, ab. Und was man von dieser Terrasse noch machen kann, ist das wunderbare Deutschlandsberg von oben zu erleben. Jetzt werden wir hier die Burg verlassen und die Lafnitzer Klause erkunden. Mal sehen, ob es hier das ein oder andere schöne Motiv gibt. Bitte begleitet mich und viel Spaß! Ciao! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.